Ich bin der Andreas. Podcast. Das Milgram-Experiment. Stanley Milgram, geboren 1933, war Sohn jüdischer Einwanderer in New York. Er studierte in Harvard und wurde 1961 Doktor der Psychologie. Im selben Jahr initiierte er sein berühmtes Experiment Gehorsamkeit gegenüber Autoritäten in Yale, welches als Milgram-Experiment in die Geschichte einging. Mit dem Experiment versuchte Stanley Milgram, den Schrecken des Holocaust zu ergründen. Konnte es sein, so seine Frage, dass Menschen tatsächlich einfach nur Befehlen gefolgt waren? Wie weit würde jemand gehen, wenn ihm befohlen wurde, einen anderen Menschen zu quälen oder zu töten? Und wo würde die Moral, das schlechte Gewissen, ihn stoppen? Welche Rolle spielten Autorität und Befehl? Milgrams Experiment fand erstmals 1961 in Räumen der Yale-Universität statt. Das Experiment war so aufgebaut, dass der Proband zunächst gar nicht wusste, dass es um ihn und seine Handlungen geht. Scheinbar zufällig erlangte er durch Ziehen eines Zettels die Rolle eines überwachenden Lehrers. Ein weiterer Proband, der allerdings durch einen Schauspieler dargestellt wurde, zog scheinbar ebenso zufällig das Los des Schülers. Auf beiden Zetteln hatte Lehrer gestanden. Der Proband wurde also immer der Lehrer. Dieser wurde von einem Versuchsleiter, ebenfalls ein Schauspieler, in einen Raum geleitet. Auf einem Tisch, einer Art Bedienpult, waren verschiedene Schalter, Regler, Anzeigen und Knöpfe angebracht. Hier sollte der Lehrer sitzen und die elektrischen Regler bedienen. Der Tisch war per Verkabelung mit einem Stuhl mit Armlehnen und Kabeln verbunden, der hinter einer Sichtschutzwand stand. Der Stuhl erinnerte an einen elektrischen Stuhl, nicht ganz so martialisch oder klinisch vielleicht, aber ebenso verdrahtet, und auf diesem nahm nun der Schauspieler, der den Schüler spielte, Platz und wurde verkabelt. Dies alles konnte der Proband, der den Lehrer spielen sollte, noch sehen. Von seinem Tisch aus konnte er den Schüler hinter der Sichtschutzwand, aber während des Experiments nur hören. Das war deshalb wichtig, weil die Reaktionen des Schülers wiederholbar gleich sein sollten und deshalb vorab aufgenommen und dann abgespielt wurden. Dem Lehrer wurde nun erklärt, dass es bei dem Experiment darum ginge, die Zusammenhänge und Auswirkungen von Schmerzen auf das Gedächtnis zu testen. Der Lehrer sollte dem Schüler Wortpaare vorlesen, die sich der Schüler merken musste. Danach las der Lehrer das erste Wort eines Wortpaares und vier mögliche Antworten. Der Schüler konnte per Knopfdruck an seinem Tisch eine Antwort auswählen, die am Tisch des Lehrers angezeigt wurde. Bei einer richtigen Antwort setzte der Lehrer das Experiment mit dem nächsten Wortpaar fort. War die Antwort aber falsch, so musste er den Schüler bestrafen. Dazu bediente er einen Regler, der, so wurde es dem Lehrer erklärt, dem Schüler einen kleinen Stromstoß verpasste. Mit jeder falschen Antwort erhöhte sich die Stromspannung um 15 Volt. Auf einer Skala konnte der Lehrer ablesen, dass die ersten Stromschläge noch als leicht markiert wurden, mit steigender Stromspannung, aber auch als Gefahr erheblicher Stromschlag. Die Reaktionen hinter der Sichtschutzwand waren wie gesagt aufgezeichnet oder folgten einer genauen Reihenfolge. Sie reichten von Klopfen an die Trennwand über Schmerzenslaute bis zur Ohnmacht, Stille bei Erreichen der höchsten Stromstärken. Ebenso waren die Reaktionen auf Einwände der zum Lehrer ernannten Probanden immer gleich. Auf den ersten Protest würde der Experimentsleiter sagen, bitte fahren Sie fort. Auf die nächsten Bedenken würde er sagen, das Experiment erfordert, dass Sie fortfahren. Dann, es ist absolut essentiell, dass Sie fortfahren. Und weiter, Sie haben keine andere Wahl, Sie müssen fortfahren. Auch auf die gängigsten Fragen gab es Standardantworten, sodass das Experiment mit beliebigen Probanden immer gleich durchgeführt werden konnte. Stanley Milgram hatte vorab Umfragen unter Psychologen und Psychologiestudienabsolventen gestartet und gefragt, wie viele von 100 Probanden wohl das Experiment bis zum Höchstwert von 450 Volt durchführen würden. 450 Volt hätten in der Realität einem tödlichen Stromschlag entsprochen. Die befragten Psychologen waren sich einig, dass nur wenige Menschen diese Folter an einem Mitmenschen durchführen würden. Die Schätzungen lagen zwischen 0 und knapp 4 Prozent. Als Milgram das Experiment durchführte, übertrafen die Ergebnisse allerdings die Erwartungen aufs Schrecklichste. 65 Prozent der Probanden führten auch den höchsten tödlichen Stromschlag aus und alle erreichten mindestens 300 der 450 Volt. Obwohl die Probanden oft Bedenken zeigten, das Experiment hinterfragten und auch unterbrachen, selbst starke Stresssymptome zeigten und den Willen äußerten, abzubrechen, setzten doch alle das Experiment auf Verlangen des Versuchsleiters letztendlich um. Viele, über ein Viertel der Probanden, zeigten dabei ein nervöses Lächeln oder Lachen, während sie fortfuhren. Das Experiment zeigt in beeindruckender Weise quer über alle Alters-, Geschlechts- und Klassengrenzen hinweg eine hohe Zahl von Menschen, die durch den Befehl die Order des Experimentsleiters einem anderen Menschen extreme Qualen bis hin zum Tod zufügen würden. Das Milgram-Experiment wurde weltweit vielfach wiederholt, mit nur geringen Abweichungen im Ergebnis. Es hat bis heute nichts von seinem Schrecken verloren und zeigt, dass nicht nur der Holocaust, sondern jede Form von Grausamkeit allein durch den Gehorsam gegenüber Autoritäten von ganz normalen Menschen verübt werden kann. Menschen wie du und ich. Menschen wie du und ich. 7. Vielen Dank.